Vor zehn Jahren im Küchenwagen, als ich gekocht habe, musste man viel mehr putzen. Und vor allem unter den Schränken sehr mühsam, weil die sind ja so erhöht. Und sie mussten fast dort drunter kreuchen und dort alle Essen. Und das Rest halt vorne putzen. Schränke bis zum Boden runter. Und das ist der Schränkensche. Bedenken in der Mittwochen. Da sind sie betraten von den Schränkenschen. Über dem, also, über diese Stoffe K hamburgieren. Und das ist der Schränkensche. Der Schränkensche.